Hallo und willkommen bei VideoWissen. Ich bin Marcel Fawrowski, ich bin Astrophysiker hier am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Ich war schon als junger Schüler offensichtlich interessiert an Wissenschaft. Meine Eltern haben mir ja letztens so ein altes Schulheft gegeben aus der 5. oder 6. Klasse, wo ich schon reingeschrieben habe, ich will Wissenschaftler werden, als die Frage aufkam. Was mich dazu wirklich inspiriert hat, ich glaube einfach dieses, ich möchte herausfinden, wie die Welt funktioniert. Ich war schon immer daran interessiert und diese grundlegende Neugierde ist etwas, das mich schon immer begleitet hat. Konkret Naturwissenschaften haben es mir angetan, weil ich einfach sozusagen die fundamentalen Umstände der Welt kennenlernen wollte. Was mich heutzutage, wo ich dann tatsächlich Wissenschaftler bin und vielleicht nicht mehr mit diesem naiven kindlichen Ansatz an die Vorstellung rangehe, was mich heute sehr fasziniert an der Wissenschaft ist, neben der Arbeit selbst, dass man Fragen stellt, für die es noch keine Antworten gibt und die dann irgendwie sehr kreativ herangehen muss, diese Fragen irgendwie beantworten zu können. Darüber hinaus finde ich sehr wichtig, einfach dieses Umfeld. Wenn man umgeben ist von fantastischen Menschen, die aus einem sehr internationalen Umfeld kommen, mit denen man zusammenarbeitet an neuen Forschungsfragen, ist es einfach etwas, das mich extrem motiviert, diese Karriere zu verfolgen. Nach der Schule habe ich beschlossen, Physik zu studieren, als eine der grundlegendsten Naturwissenschaften. Ich habe angefangen, in Bonn zu studieren, auch weil es da eben einen relativ starken Astronomie-Schwerpunkt gab und das mich schon immer interessiert hat. Ich war aber auch an Dingen wie Informatik und Computerwissenschaften interessiert. Zu Beginn des Studiums war mir nicht ganz klar, wo es hinführen würde. Ja, ich wollte Wissenschaftler werden, aber was konkret, da war ich relativ offen. Das hat sich im Laufe der Jahre des Studiums ein bisschen entwickelt. Ich hatte Interesse an theoretischer Physik, fand aber eigentlich auch die ganzen experimentellen Sachen sehr spannend, wo man tatsächlich herausfinden kann, wie reagiert die Umwelt auf ein Experiment, wie finden wir tatsächlich neues Wissen. Aber am spannendsten am Ende war die Astronomie, glaube auch, weil es einfach fantastische Professoren da gab. Und ich habe dann meine Diplomarbeit in Astrophysik geschrieben und anschließend auch an der Promotionsstelle, ebenfalls an der Uni Bonn, in der Astronomie angefangen und nach drei Jahren oder so zu Ende geführt. Also ich bin promovierter Astrophysiker und nach der Promotion habe ich mich, wie das so üblich ist, auf Postdoc-Stellen beworben. Das muss man halt international machen. Man schreibt relativ viele Bewerbungen und bekommt dann vielleicht ein paar Stellen angeboten. Ich hatte das Glück, eine Stelle in den USA zu bekommen, an der Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio. Da war ich dann drei Jahre lang als Postdoc. Anschließend habe ich eine sogenannte NASA Hubble Fellowship eingeworben. Das ist Forschungsgelder für die eigene Stelle, wo ich dann das erste Mal sozusagen meine eigenen Forschungsprojekte durchführen konnte. Die Gelder habe ich mitgenommen an die University of California in Irvine. Da war ich gut zwei Jahre und dann wurde ich sozusagen hier vom AIP abgeworben, bin hierher gekommen als Schwarzschild Fellow und habe hier vor zweieinhalb Jahren eine Nachwuchsforschungsgruppe eingeworben und gestartet. Ja, also die Wissenschaftlerkarrieren sind ja irgendwie immer von Meilensteinen begleitet. Das erste ist natürlich sicherlich die Promotion. Man hat jahrelang an etwas gearbeitet und schafft es dann tatsächlich, das erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Der nächste große Karriereerfolg sozusagen war diese Hubble Fellowship, weil es eben sehr umkämpfte Forschungsmittel sind, die man sehr flexibel einsetzen kann und wo man tatsächlich sozusagen den Schritt macht von jemandem, der an einem konkreten Projekt für vielleicht jemand anders arbeitet, hin zu einem Projekt, das man selber entwickelt hat, eine Forschungsfrage, die man selber gestellt hat, wofür man dann tatsächlich Finanzmittel bekommt, dass man sich wirklich komplett auf diese Frage konzentrieren kann und daran forscht. Der nächste Meilenstein war dann das Einwerben der Mittel für eine Forschungsgruppe, wo man dann tatsächlich den nächsten Schritt in der Karrierestufe macht und plötzlich verantwortlich ist für andere Leute. Auch wieder eigene Forschungsthemen versucht zu verfolgen, zu definieren, aber jetzt eben auf einer etwas breiteren Basis. Und ja, so baut man sich das halt nach und nach auf. Wissenschaftlich haben wir natürlich auch viele Meilensteine und Erfolge gehabt. Also das erste Paper ist natürlich immer was ganz Besonderes. Das erste Paper eines Doktoranden, den man betreut, ist aber auch irgendwie super fantastisch, weil man einfach sieht, dass man selber gewachsen ist, aber man auch anderen Leuten dabei helfen kann, in die eigenen Fußstapfen zu treten. Also Herausforderungen gibt es natürlich immer eine Menge. Man macht ja Grundlagenforschung in unserem Feld. Das heißt, man weiß nicht unbedingt, wo es hingehen wird. Man stellt eine Frage, muss erstmal überhaupt überlegen, wie beantworte ich die. Das heißt, auf der wissenschaftlichen Seite gibt es die üblichen Herausforderungen, mit denen man als Wissenschaftler zu kämpfen hat, dass man beispielsweise von vornherein nicht unbedingt weiß, ob man eine Antwort findet. Und damit geht man dann vielleicht so um, dass man verschiedene Ansätze verfolgt und guckt, was davon passt. Und dann gibt es natürlich die Herausforderungen, die diese Karriere ansonsten noch mit sich bringt. Also beispielsweise nach der Promotion bin ich ins Ausland gegangen und das ist auch ein relativ großer Schritt, weil man sozusagen Familie, Freunde erstmal hinter sich lässt, auf einem anderen Kontinent sich komplett neu erfinden kann, was auch eine sehr bereichernde Erfahrung ist, aber natürlich auch einiges an Opferbereitschaft mit sich bringt. Und dann sozusagen mit jeder Karrierestufe hat man neue Herausforderungen. Also beispielsweise zum einen eine Forschungsgruppe zu gründen, ist ein großer Erfolg, aber plötzlich ist man für andere Leute verantwortlich. Man muss ein Team aufbauen. Wie wähle ich aus, wer bei mir die Doktorarbeit schreiben kann, weil ich habe ja nur begrenzte Finanzmittel, aber ich habe mehrere Dutzend fantastische Bewerber. Wie baue ich ein Team auf, das gut miteinander zusammenarbeitet und das dann tatsächlich auch die Forschung, um die es ja am Ende gehen soll, erfolgreich zum Abschluss bringen kann. Und das sind Sachen, auf die man eigentlich nicht vorbereitet wird im Studium. Da hilft es halt im Gemeinden sozusagen, sich bewusst zu machen, dass das was Neues ist, dass man sich da einarbeiten muss, dass man sozusagen seine eigenen Vorstellungen definiert, vielleicht auch hinterfragt, was man sozusagen vorgelebt bekommen hat. Und das Schöne ist, dass es da tatsächlich auch Weiterbildungsmaßnahmen und so weiter gibt. Das heißt, man hört auch nie auf, sozusagen Neues zu lernen als Wissenschaftler, nicht nur im Wissenschaftlichen, sondern auch im ganzen Drumherum, das Management und wie man mit Leuten umgeht. Also aktuell, das große Forschungsprojekt, an dem wir arbeiten, hat mit Satelliten und Zwerggalaxien zu tun. Das sind so kleine Begleitergalaxien, die beispielsweise um die Milchstraße schwirren. Und wir schauen uns an, wie verteilen die sich, wie bewegen die sich um die Milchstraße, aber auch um entferntere Galaxien. Das Forschungsprojekt heißt kosmische Choreografien. Das heißt, wir schauen uns sozusagen den Tanz der Zwerggalaxien um die Milchstraße und andere massive Galaxien an. Und das Ziel ist zu testen, ob unsere Vorhersagen, die wir auf der Basis des kosmologischen Standardmodells machen können, eintreffen oder nicht. Im Moment sieht das so aus, als ob es da einige Videosprüche gibt. Also die Satellitengalaxien der Milchstraße beispielsweise sind nicht so gleichmäßig und zufällig angeordnet, wie wir es erwarten würden. Und dann versuchen wir eben herauszufinden, woran kann das liegen? Kann das damit zu tun haben, dass eine große, massive Galaxie mit der Milchstraße interagiert hat und dazu geführt hat, dass dieses seltsame Orange Moor entstanden ist? Das heißt, wir schauen uns auch so ein bisschen an, wie ist die Entstehungsgeschichte der Milchstraße und die Entstehungsgeschichte anderer Galaxien? Ja, die Zukunft, also wir werden weiter an diesen Forschungsthemen arbeiten. Das wirklich Spannende gerade ist, dass wir sozusagen unsere Erkenntnisse immer weiter erweitern, während viel der Forschung in diesem Bereich bis jetzt auf die Milchstraße beschränkt war, weil man beispielsweise nur da sich die volle 3D-Bewegungsrichtung von Galaxien anschauen kann. Sind wir jetzt so weit, dass wir das auch außerhalb der Milchstraße anfangen können? Also es gibt erste Messungen für die Andromeda-Galaxie und wir haben da aktuelle Projekte, die in den nächsten Jahren Ergebnisse bringen sollten. Und damit kann man sozusagen dieses ganze Forschungsfeld immer weiter erweitern. Auch gibt es immer mehr Entdeckungen von Zwerg- und Satellitengalaxien um weiter entfernte Hauptgalaxien, die uns einfach eine viel breitere Datenbasis bieten und damit zwar auch neue Herausforderungen bringen, weil die Systeme von weiter entfernt sehen, aber gleichzeitig auch sehr viele neue Erkenntnisse versprechen. Was konkret wir da finden werden, das ist natürlich immer noch unklar und das macht es eben gerade so spannend, diese Forschung weiter zu betreiben. Ja, Ratschläge ist immer ein bisschen schwierig, weil es sozusagen nie den perfekten Ratschlag gibt, nie den perfekten Karriereweg. Man kann von seinem eigenen Beispiel ausgehen, aber da hat man natürlich auch relativ viel Glück gehabt. Also ein wichtiger Aspekt ist tatsächlich Glück und Zufälle. Man kann versuchen, sich sozusagen optimal zu positionieren, aber am Ende zählt dann immer noch, ob man Erster oder Zweiter in einer Rangliste ist, um den Job zu bekommen, ob die Person, die vor dir gerankt ist, dann tatsächlich eine andere Stelle kriegt und du nachrücken kannst oder ob man einfach die richtige Person zur richtigen Zeit getroffen hat. Was man da machen kann und wo ich sehr Verfechter von bin, ist zu versuchen, diese Zufallskomponente zu optimieren. Das heißt, man kann versuchen, sich relativ viele Optionen offen zu halten, relativ viele Sachen zu machen, sich nicht nur auf ein Forschungsthema zu konzentrieren, sondern nebenbei auch mit anderen Leuten zu reden, auch einfach mal sich an Sachen zu beteiligen, die einem vielleicht jetzt nicht konkret für die aktuelle Forschung sehr viel bringen, aber einfach weitere Optionen eröffnen. Was ich auch wichtig finde, ist, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben. Also ich finde es extrem wichtig, dass man mit Leuten arbeitet, die einen unterstützen, die einen nicht als Konkurrenz sehen, sondern dass man wirklich als Team zusammenarbeitet. Und das macht eben auch eine große Freude der Wissenschaft aus. Und ich glaube, zumindest in meinem Bereich der Astrophysik haben wir das Glück, dass wir einfach eine fantastische Gruppe an Kollegen international haben, die alle eigentlich das Interesse haben, zu verstehen, wie dieses Universum funktioniert. Und wenn man ein gesundes Arbeitsumfeld hat, dann hilft einem das auch ungemein. Und wenn man Leute hat, Professoren, die einen betreuen beispielsweise, die wirklich ein Interesse daran haben, dass man Erfolg hat und einem auch Möglichkeiten eröffnen, dann ist das extrem viel wert. Und ja, auf sowas sollte man achten. Das heißt, wenn man Möglichkeiten evaluiert, dann auch mit den Teams reden und einfach mal schauen, wie ist so die Stimmung und wo kann ich mich selbst sehen, wo kann ich auch einen Beitrag leisten, wo fühle ich mich willkommen. Vielen Dank.